Wie ja mittlerweile allen bekannt sein dürfte, wird Weltrang 5 in Kürze released. Um genau zu sein, wird das am 5. April, also diese Woche Freitag, passieren. Damit euer Charakter perfekt vorbereitet in Weltrang 5 gehen kann, habe ich für euch nun hier einige Tipps zusammengesammelt, was ihr in der Zeit bis zum Release tun könnt, um perfekt vorbereitet in Weltrang 5 durchstarten zu können. Wenn euch interessiert, was ihr alles machen könnt, um einen perfekt vorbereiteten Charakter zu haben, dann bleibt einfach dran, denn das zeige ich euch jetzt. Einige der Dinge, die ich euch jetzt präsentieren werde, sind natürlich am Ende des Tages Fleißarbeiten. Allerdings können sie euch den Einstieg in Weltrang 5 wesentlich erleichtern und ersparen euch dann auf Weltrang 5 großartiges Rumgefarme. Der erste Tipp, den ich euch geben möchte, ist meines Erachtens auch mit der wichtigste, und zwar baut eure Werkbank komplett aus. Das heißt, ihr müsst eure Werkbank auf den Weltrang 4-Status bringen. Viele vergessen das und wundern sich dann, wenn sie an die Werkbank gehen, dass sie nur Ausrüstung mit einem sehr geringen Gearscore craften können. Allerdings muss man die Werkbank ausbauen, um wirklich die guten Sachen zu craften. Die Werkbank könnt ihr über so einen kleinen Button eigentlich unten am Bildschirmrand ausbauen, wenn euch diese Option noch zur Verfügung steht. Das heißt, wenn ihr die Werkbank noch nicht komplett ausgebaut habt. Um die Werkbank auszubauen, benötigt ihr Druckerfilamente. Und die bekommt ihr ganz einfach, indem ihr eure Mods zerlegt. Das heißt, wenn ihr wie ich hier einige Mods schon angesammelt habt, braucht ihr euch einfach nur die schwächsten raussuchen. Das ist auch ganz egal, was für einen Gearscore die haben. Die geben immer ein wenig Druckerfilament ab, denn zerlegt ihr die, die ihr nicht braucht und bekommt so eure Ressourcen, um die Werkbank abzugraden. Wenn ihr die Werkbank dann nämlich auf Weltrang 4 habt, braucht ihr dann auf Weltrang 5 nur noch diesen letzten Step machen und sie auf Weltrang 5 bringen und habt dann schon die perfekte Werkbank am Start. Um so eine Werkbank vernünftig zu benutzen, sollte man natürlich auch so viel Material wie möglich angesammelt haben. Das heißt, am besten habt ihr natürlich alle Materialien auf Maximum in eurem Inventar. Um an möglichst viele Materialien ranzukommen, gibt es auch natürlich einen kleinen Trick. Und zwar müsst ihr dafür den Kontrollpunkt Solar Farm einnehmen. Wenn ihr den Kontrollpunkt dann eingenommen habt, dann spendet einfach dem Kontrollpunkt Officer ein bisschen Nahrung und was er auch immer haben möchte, um diesen Kontrollpunkt-Buff zu bekommen. Mit diesem Buff werden euch ja alle möglichen Kisten und so weiter, also alles, was ihr looten könnt, so leicht hervorgehoben angezeigt. Das macht die Suche dann etwas leichter. Nun heißt es einfach, die Solar Farm komplett abzulaufen und ihr werdet sehen, im Bereich der Solar Farm liegen unfassbar viele Taschen, Koffer, Rucksäcke und so weiter, aus denen ihr Materialien looten könnt. Der schöne Nebeneffekt dabei ist, dass natürlich neben den ganzen Materialien auch immer mal wieder Waffenköpferchen dort rumliegen und ihr so auch noch ein bisschen Loot abstauben könnt. Aber gerade was Material angeht, ist die Solar Farm, wie der Name schon sagt, einfach der beste Farmspot im ganzen Spiel. Ihr könnt hier unfassbar viel Titan- und Elektronikteile rausholen und somit eure Materialtaschen wirklich bis zum Anschlag füllen. Wenn ihr das Ganze von jetzt an jeden Tag immer wieder macht, diese Taschen werden ja in regelmäßigen Abständen wieder nachgefüllt, dann solltet ihr bis zum Release von Weltrang 5 alle eure Materialien eigentlich auf Max bekommen. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist erstmal eigentlich total selbstverständlich, nämlich sammelt Loot, so viel Loot wie es geht und bewahrt diesen aber auch auf. Also selbst, wenn ihr Loot habt, der vom Gearscore her schon gar nicht mehr für euch interessant ist, behaltet den einfach in eurer Lagerkiste, weil es geht dabei eigentlich nicht um den Gearscore, sondern um die Talente, die auf diesen Gegenständen drauf sind. Diese könnt ihr nämlich mit der Rekalibrierungsstation ja sozusagen entziehen und das ist das Interessante, was ihr dann auf Weltrang 5 braucht. Wenn ihr nämlich dann auf Weltrang 5 irgendeinen Ausrüstungsgegenstand findet, der für euch sehr gut gerollt ist, könnt ihr den vielleicht noch mit irgendeinem Talent eines eurer alten Ausrüstungsgegenstände verbessern. Ich bin in Division total der Item-Messie. Das war ich schon in Teil 1. Ich hau mir die Truhe immer so voll, wie es geht, weil man weiß nie, wozu man diese Dinger noch in Zukunft brauchen könnte. Wenn ihr dann doch mal überlegt, ob ihr etwas zerlegen oder verkaufen sollt, dann würde ich auf jeden Fall mittlerweile empfehlen, die Items zu verkaufen. Generell macht es Sinn, bis zum Release noch so viel Kohle zu farmen, wie es irgendwie geht. Denn das Geld braucht ihr alleine schon für die Rekalibrierungsstation und dafür braucht ihr wirklich sehr viel Geld. Das heißt, es macht durchaus Sinn, jetzt noch bis zum Release von Weltrang 5 ordentlich Missionen zu farmen. Die geben nämlich immer gut Kohle oder halt wirklich Items, wo ihr seht, dass die Talente für euch völlig uninteressant sind, diese dann zu verkaufen. Ich mache das mittlerweile eigentlich immer so, dass die Items, bei denen ich wirklich sehe, dass die Talente mich überhaupt nicht interessieren und dass diese Items für mich einfach nutzlos sind, dass ich es dann so mache, dass ich zwei Drittel verkaufe und ein Drittel zerlege. Oft ist es ja so, dass wenn ihr etwas zerlegt, dass ihr dafür gar nichts bekommt. Von daher macht es schon Sinn, einen großen Teil zu verkaufen, um so viel Kohle zu horten, wie irgendwie möglich ist. Ein weiterer wichtiger Faktor für Weltrang 5 und auch insbesondere im Hinblick auf den Raid ist, dass ihr eure Experten-Skill-Trees so gut es geht levelt und ausbaut. Und zwar macht ihr das Ganze, um im Endgame dann so flexibel wie möglich zu sein. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass man das hier ähnlich handhaben wird, wie bei Division 1 in der letzten Incursion, die eingeführt wurde, in der Stolen Signal Incursion, in der brauchte man ja tatsächlich verschiedene Builds, um sie durchzuspielen. Da gab es am Ende zum Beispiel so eine Stelle, wo es unabdingbar war, dass einer zum Beispiel das Schild dabei hatte. Und ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht im Hinblick auf den Raid das hier auch so handhaben wird, dass man tatsächlich einen Zerstörungsexperten, einen Überlebensexperten und einen Präzisionsschütze dabei haben muss. Von daher macht es tatsächlich Sinn, die Skill-Trees so gut es geht auszubauen, damit ihr flexibel sein könnt und vielleicht in einer Situation, wo ein Präzisionsschütze gefragt ist und kein anderer da ist, diese Position denn zumindest von euch besetzt werden kann, weil ihr alle Trees im Vorfeld ein wenig gelevelt habt. Eine Sache, auf die ihr definitiv auch noch achten solltet, sind diese Clan-Crates, die ihr als Clan-Belohnungen bekommt. Macht da nicht denselben Fehler wie ich und benutzt die jetzt sofort, sondern bewahrt euch diese Crates auf. Denn meines Wissens nach sind diese Clan-Crates die einzigen Kisten in ganz Division 2, die mit eurem Gear-Score skalieren. Das heißt, die Items, die ihr in diesen Kisten bekommt, und dazu muss man ja sagen, als Clan-Belohnung bekommt man da ja wirklich jede Menge Items, die skalieren mit dem aktuellen Gear-Score, den ihr in dem Moment tragt, indem ihr diese Kiste öffnet. Wenn ihr also nun eure ganzen Clan-Crates, falls ihr noch welche da habt, aufspart, bis Weltrang 5 am Start ist, ihr da ein bisschen euren Gear-Score pusht und dann erst die Clan-Crate öffnet, dann bekommt ihr tatsächlich Gier mit einem richtig guten Gear-Score. Von daher lohnt es sich, diese Crates aufzubewahren. Das funktioniert, wie gesagt, nur mit den Clan-Crates, weil alle anderen Crates skalieren nicht mit eurem Gear-Score mit. Ja, und zu guter Letzt habe ich da noch einen kleinen Tipp für euch, der vielleicht erst mal absurd klingen mag, nämlich, macht euch einen zweiten Charakter, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür brauche ich denn einen zweiten Charakter? Das ist ganz einfach. Und zwar müsst ihr mit diesem zweiten Charakter einfach bis ins weiße Haus spielen. Und zwar bis zu der Stelle, an der ihr das erste Mal mit dem Quartiermeister sprechen müsst, um eine Fertigkeit freizuschalten. Danach bekommt ihr nämlich mit eurem Charakter Zugang zu eurem Lager. Und nun kommt der Clou, euer Charakter hier hat ja nun 30 Inventarplätze. Also könnt ihr diesen Charakter jetzt einfach als erweitertes Lager benutzen. Wenn ihr wie ich auch ein Item-Messi seid und euer Lager platzt, dann ist das wirklich die beste Methode, um noch an ein bisschen mehr Lagerplatz zu kommen. Natürlich werden die Items dann nicht im Lager angezeigt, aber ihr habt definitiv erst mal 30 Plätze mehr, die ihr belegen könnt und somit könnt ihr dann noch etwas mehr ansammeln. Ja, und nun noch ein kleiner optionaler Tipp, den ihr nutzen könnt. Geht in die Kanalisation und farmt Schlüssel. Auch wenn ihr mittlerweile schon alle Exotics zusammen habt, mit den nächsten Updates werden ja auch wieder neue exotische Waffen ins Spiel kommen. Das heißt, man kann eigentlich nie genug Schlüssel haben. Weil ich denke, die nächsten Exotics wird man auch wieder wie die momentan aus den verschiedenen Truhen, also aus den Ayina-Truhen etc. rausholen müssen, so Stück für Stück, so wie es momentan halt ist. Und von daher macht es schon Sinn, in die Kanalisation zu gehen. Da habe ich hier ja auf dem Kanal auch schon ein Video gemacht mit einer guten Farmeroute, die ihr ablaufen könnt. Das verlinke ich euch hier oben gerade. Ähm, das kann man auf jeden Fall auch noch gut machen, Schlüssel sammeln, weil entweder braucht ihr die Dinger eh in Zukunft noch, oder wenn ihr noch nicht alle Exotics in eurem Besitz habt, ist das eh eine gute Sache, die man noch machen kann, Schlüssel farmen und danach ein paar Truhen knacken, um die Exotics freizuschalten. Ja, und mit diesen Tipps solltet ihr dann eigentlich auch relativ good to go sein für Weltrang 5. Ja, und das soll's dann jetzt auch mit diesem Video gewesen sein. Falls ich noch irgendwelche Tipps vergessen haben sollte, die man beachten muss, um perfekt in den Weltrang 5 zu starten, dann schreibt mir das doch hier einfach in die Kommentare. Und ansonsten gilt natürlich, wie immer, wenn euch das Ganze hier ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Däumchen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit Division 2-Content versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. 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 Reingehauen.